Das haben sie am besten hinbekommen, diesen Alien-Schleim. Schau, sieht echt cool aus. Soll ich da runterhüpfen? Komme ich ja nicht mehr hoch. Ich gehe mal außen rum, sicherheitshalber. Wieso zeigt sie mir an, ich soll V drücken? Ich will nicht V drücken, Mann. Sind wir immer noch im Tutorial oder was? Das Tutorial muss auch mal aufhören. Okay, ich komme dir schon zur Hilfe, Mann. Sind wir von hier gekommen? Ja. Noch einer? Das ist zu wenig. Der eine macht das Kraut auch nicht fett. Der ist schon ohne mich runtergehüpft. Oh. Helmi. Wieso? Habe ich etwa geschossen, wenn es nicht sein musste bisher? Bisher musste es immer sein. Lass es mich dir versichern. Ich will mich hier genau umsehen. Hier ist sicher eine Königin versteckt. Oh, ich dachte ein Alien. Kannst du laut sagen. Wieso nehme ich eigentlich immer meine Handfeuerwaffe, wenn ich... Nicht schon wieder. Oh Gott. Noch zwei? Woher war es da? Hast du mitgezählt? Es waren genau 228. Fehlen noch zwei. Eine Strichliste am Hirn gemacht. Schau, wie sie wieder weglaufen. Die Aliens sind feige. So kämpft kein Mann. Die Aliens sind alle weiblich. Jetzt wissen wir es. Das ist der Beweis. Ja, ist das... Das Tor, wo wir hinmüssen, oder? Verschlossen. So. Current Level G3 G21 Sagt nichts. Wie wäre es mit ein bisschen Munition? Ich habe keinen blassen Schimmer, wo ich hin muss. Da ist Gesundheit sehr gut. Rüstung wäre mir lieber gewesen, aber... Ja, kein Wunschkonzert. Kontrollpunkt. Jetzt auf einmal. Was? Was? Wo ist er hin? Verzeihung, ich weiß nicht. Ah, da ist er. Er hat das aufbekommen. Ich war zu dämlich. Das Licht geht nie aus. Das ist nicht so wie in Doom 3. Irgendwas stimmt nicht. Mir nach. Boah. Wie scharfsinnig. Irgendwas stimmt nicht. Das ist so eigenartig hier. Dieser Schleim an den Wänden. Er war doch vorher nicht da. Ich bräuchte Munition. Genau. Gorman. Ich glaube, so hieß er. Stimmt. Gorman. Legendär. Ich will aber doch lieber. Die da. Sauber. Und Rüstung. Bin ich wieder voll. Als wäre nichts passiert. Null, null. Das ist auch das Klo. Da sind wir rein, oder? Sind wir da rein. Komm ja schon. Was ist denn da drüben? Müssen wir da auch mal hin. Ich öffne ihn. Öffne ihn. Was meint er eigentlich mit ihm? Das Tor. Ich öffne es. Aber ihn. Ist ein bisschen zweideutig. Ey, meine Lampe ist kaputt. Und da liegt Bob, der Baumeister. Zumindest sein Helm. Oh, scheiße. Kaputt. Oh, Gott. Ein Riesen-Alien. Haha. Waaah. Äh. Okay. Mission abgeschlossen. Fortschritt Marine. Stolz. Und Vorurteil. Killer-Arsch. Blutspritzer. Pfui. Mhm. Ethan. Töten. 60. Hilfen. 9. Hilfen. Na, wenn du meinst. Oh, die treibst grad. Schweres Atmen. Achso, das bin ja ich. Ich bin der Winter. Ein Alien macht noch keinen Winter. Au, der hat mich, glaube ich, eingesponnen. Ja, verdammt. Ich bin völlig eingemüllt. Pfui. Haut. Ich kann mich selber losreißen. So machen das die anderen nicht. Ich bin der Erste, bei dem es gepfuscht hat. Beim Zuschleimen. Das Zuschleimpfusch-Alien. Fliehen sie. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Heiligen. Ja, ja. Ja, wieso? Wir sind doch reingekommen. Aha. Ich schau mal hier. Oh Gott. Ich bin in die Tunnel gegangen, um dich zu suchen. Also, was machen wir jetzt? Ich geh auch in die Tunnel. Ich peil mal wieder gar nichts. Mach schon. Suche ein Siegel aus, Mann. Schon gefunden. Es sind die Tunnel. Hüpf. Schau. Schau, dein Schatten. Ah, ich hab keine Waffe. Ich hab gar nichts. Kann ich nur laufen. Oder sollte ich eher schleichen, dass sie mich nicht hören? Aber ich glaub, das nutzt nichts Schleichen bei den Aliens. Die können nämlich riechen. Oder besser gesagt, nicht riechen. Au. Aha, das ist so fett. Das kann hier nicht runter, oder wie? Einen anderen Grund sehe ich nicht. Warum es nicht einfach runterkommt, mich auffrisst. Oder wieder zuschleimt. Das fertig macht, was es begonnen hat. Ei. Macht auch schön wieder brav das Gitter zu. Das ist ordentlich. Sehr löblich. Obwohl, da ist der ganze... Das weiß ich nicht, was mir lieber ist. Der ganze Abfall. Die Glospülungen, die hier landen. Oder der Alienschleim. Was ist ekeliger? Ei. Au. War lang. Da hab ich sicher irgendwas zurückgelassen, wenn mich der so gehetzt hat. Gemein. Da waren sicher irgendwo Erkennungsmach... Oh. Scheiße, der hat schon ein Loch in der Brust. Das wird nichts mehr mit ihm, ha? Oh Gott. Au. Scheiße, ich hätte den anderen Raum nehmen sollen. Da war doch noch ein Raum. Drüben, verdammt. Ich will wieder rein. Ah, fuck. Ich glaube, da wäre es noch weitergegangen. Da waren sicher Goodies. Mensch. Ja, da schon ein paar habe ich aber noch. Lass mich mal anschauen. Der sieht aus wie der... Bill Paxton. Aus dem Film. Finden sie einen Weg aus der Kanalisation? Abwasserpumpe. Muss ich die abstellen? Das ist das Obszenional. Abwasserschotttor öffnen. Ich weiß nicht, ob ich das soll. Kommt da das Alien rein? Ich alles aufmache. Hilft aber nichts. Schaut in den Aliens. Den Aliens hier hat es auch nicht gefallen. Lauter Eier. Was für Dinger sind das? Wo sind Eier? Das sind doch tote Aliens. Oh. Schwierig. Die erste Instinktreaktion wäre, mich in die entgegengesetzte Richtung zu begeben. Zu einer schneller Abfolge. Der meint aber nicht die Dinger hier, oder? Sondern die Eier da vorn. Ich glaube, der... Der sprach... Der Dialog ist schon zu früh losgegangen. Sieht aus wie in Madame Tussauds Alien-Wachsfiguren. Kann ich nicht... Ist da was? Erkennungsmarken? Ne. Äh. Komische Aliens, hm? Ich weiß nicht, ob da... Hans Rüdi Giga seinen Sanctus dazugegeben hat. Oh. Beweg mich nicht. Die sind, glaube ich, nicht approved. Vom Hans Rüdi. Also ich tat, wie mir geheißen und habe mich nicht bewegt. Das war gut so. Tat gut daran. Super Level eigentlich. Das taugt mir. Schade, dass es keine dynamische Beleuchtung gibt, wie im Demo. Oh, Scheiße. Ich soll mich nicht bewegen, hat es geheißen. Darf ich mich drehen auch nicht? Oder nur nicht bewegen? Bewegt sich leicht. Muss mich aber jetzt bewegen, sonst komme ich ja nicht weiter. Oh, fuck. Ich glaube, ich bin falsch abgebogen. Ne, jetzt, wenn er sich jetzt da hinsetzt, muss ich alles rum... Aha. Rumlatschen. Sitzt der eh noch? Mehr als schleichen kann ich ja nicht. Ah, Gott. Der geht mir nach. Ich sollte ihn vielleicht darüber locken. Nee, geht auch in die andere Richtung, Mann. Ich will aufstehen und losrennen. Oh. Was war das? Hat jemand die Spülung betätigt oben, Mann. Hört auf. Nee. Oh, Gott. Ich bin starr. Hast du gesehen? Er hat mich nicht erkannt. Er hat geklappt. Ich bin ein Scheißhaufen. Der gerade runtergespült wurde. Er geht jetzt immer da auf und ab. Ich komme nie raus. Hat er denn da für Schleimbeutel? Er geht immer auf und ab. Gott sei Dank ein Kontrollpunkt. Es ist ja, glaube ich, der... Nee, ich dachte schon, das ist der einzige. Offensichtlich nicht. Was ist da? Ich meine, ich würde ja gerne alles absuchen, aber ihr habt sicher Verständnis, dass das jetzt hier ein wenig an meine Nerven zehrt. Ich bin ja. Ich bin ja. Und dann.